Jo, mit der Kraft der Macht... Wir... Wow, wenn wir jetzt hier... Mit der Kraft der Macht? Klingt ein bisschen zweideutig. Laufen wir jetzt hier weiter und wollen versuchen, natürlich den Gin-Temper hier zu schaffen. Hm, das war ein leichter Raum. Da müsste der Gegenstand drin sein, den wir brauchen. Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Links Awakening. Die... Die X... Du hast einen Schnabel. Na toll, warum hab ich jetzt einen Schnabel bekommen? Ähm, warte mal, halt, Moment. Ne, hier ist nichts, ist nichts, ist nichts. Ich hör nicht mal die Karte. Hier ist auch nichts drin, auch nichts drin, auch nichts drin. Ah, muss wieder alles anzünden. Das verbraucht Zeit, Mensch. Und weiter. Und wieder ausrüsten mit meinem... ... guten, alten... ... äh... Feder. Jetzt weiß ich's. Feder heißt das Ding. Wie soll ich denn den platt machen? Hey, Moment. So. So. Äh. Ein Schlüssel für einen scheiß Kompass. Bla 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 bla. Danke. Hier war hier wieder weiter. Halten Schnabel. Denke, die Blumenplatten? Ja, 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 ja. Der denkt wohl, ich hab noch nie Dings gespielt. Nein, nee, bin ich falsch. Halt, Moment. Nee, da war ich doch schon. Öp, Mann. So. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier ist ein Schlüssel. Moment. Ups. Nochmal. Zack. Offen. Rüberspringen. Nein. Link. Spring doch, mein Freund. So. Zack. Und zack. Danke. So. Und. Tot. Zack. Zack. Boah, das war gar knapp. Habt ihr das gesehen? Und. Darin. Danke. Ich lass mich gleich selber treffen, weil ich dieses Geräusch nicht mehr aushalte. Das nicht, ist ja okay. Hä, aber ich brauch doch irgendwo noch den Gegenstand. Moment mal. So. Ups. Hier war ja nisch. Jetzt hab ich gerade schon geguckt. Aber ich komm doch hier nicht weit. So, doch, natürlich komm ich hier weiter. Ich idiot. Wow. Das Loch. Das Loch. Die Karte. Ich lass mich in Ruhe. Ich lass mich in Ruhe, du Scheißloch. Danke. Und immer noch die Machtding. Und da rein. Und da rein. Danke. Aua. Jetzt brauch ich wieder mein schönes Pulver. Ich lass mich in Ruhe. Hier. Oh, Moment. Häää. Moment. Moment, noch mal zurück. Mann, nur zurück. Zack, und... Zack, so. Ey! Ach so, Moment, äh... Das hier... Tadaaa! Yay! Nischt! Zack! Zack! Zack, tot! Oh, der, der ist jetzt ein bisschen weg. Danke. Das ist hier, ah... Hier ist wieder so ein Schalter. Der ist tot. Tot, 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 tot. Könnt ich auch schon rein? Yo, ich hab noch einen Schlüssel! Ach, nein! Äh, äh... Uhhh, wir brauchen wieder einen. Ups! Toot! Danke! Da bitte! Du-du-du-du-du! Was ist mit dir los? Moment mal. Ich muss doch irgendwas bestimmt mit den Sachen machen. Yo. Ich musste mich beschweren. Oh, hier geht's ja zum Endboss. Ups! Ich möchte mich beschweren. Na klar, kann ich helfen. Äh! Und hoch wieder. Da war ich hier grad falsch. Bevor die beiden mir stressen... Alter! Hier geht's sowieso nachher weiter. Was willst du denn? Ey, ganz ehrlich, wie lange habe ich diese Scheißmacht hier? Ups! Ne, es war richtig. Na komm hoch. Sie ist weg! Alter, Moment, bin gleich wieder... Okay, weiter geht's. Mich hat nämlich jemand bei Facebook angeschrieben. Das war nicht toll. Das wollte ich gar nicht. Das war scheiße. Oh, ist nicht toll, dass diese Scheißmelodie von dem Macht-Ding weg ist. Das ging mir nämlich voll auf und sagt. Was? Was macht bitte eine Pflanze hier drin? Das ist doch voll von Mario geklaut. Kann ich den nicht töten? Die Sache. Tja, Mario, das kannst du nicht. Oh. Sorry, mein lieber Bumba. Zack. Tot. Link ist halt cooler als du. Was mache ich jetzt hier schon wieder? Oh. Dass man das mal ausrüsten muss. Mir fehlt der Schlüssel. Nein! Warum habe ich schon wieder die Macht? Die Frage ist jetzt, wo ist der Schlüssel? Was? Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Ach, Mann. Jetzt weiß ich warum. Ah. Okay. Gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ja. Ist ja gut. Mann, ey. Da sieht man den gleichen Fehler mache. Hoch. Hoch. Ah. Nochmal. Zack. Zack. Und jetzt wieder der DT ausrüsten. Zack. Da komm her. Rüber. Erst den eingesperrten Ding und dann das Skelettritter. Nerv nicht. So. Ich glaube, ich habe den Fehler nicht anders gemacht. So. Halt, halt, halt. Geht mir weg. Geht mir aus dem Weg. Du nervst. So. Jetzt den Skelettritter. Hier muss doch irgendwas kommen. Hm. Moment. Ich bin gleich wieder da. Hm. Hat wieder nicht funktioniert. Machen wir es mal anders diesmal. So. 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 Skeletttyp, du bist mir ein bisschen im Weg. So, dann nehmen wir die Fledermaus und dann den hier. Yay. Hat doch funktioniert. Warum nicht gleich so? Endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosser. Natürlich. Tür öffnen. Danke. Nein, du hast mir meine Wacht weggenglauben. Ich hätte den Endboss so leicht besiegen können. Halt du. Halt du? So, tot. Geht doch. Einer bitte. Jetzt müssen wir uns wieder beschweren. Na, jetzt noch nicht. Danke. Link kann mit einer, mit einem, mit einer Vase, äh, Leitern hochklettern. Kann ich nicht. Na doch schon, aber nicht mit den, mit den Armen nach oben. Und, zack. Hahaha, willkommen zur Henkers Mahlzeit. Ja, hahaha. Wie war der hier nochmal? Achso, ja. Eti, beti, mit meiner Maße bin ich unfallwundbar. Achja, ich musste ja hochheben. Wow, 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 wow. Moment, ich glaube, ich glaube, es war so. Ja, er muss rein. Ich kann nicht bewegen, aber ich bin unverletzbar. Diese mickrige Schwert zerstört die Flasche nicht. Aber das. Äh, tibeti. Ja, ja. Das muss ich wieder ausweichen. Mann, ich habe nur noch zwei, ich habe nur voll wenig Herzen. Das wird mir nicht so schlecht. So. Kaputt. Oh, du hast meine Vase zerstört. Das wirst du bereuen, du. Wow, 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 wow. Nein, ich bin dich tot. Oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich bei jedem Ding was da habe. Aber man, nur mich da, man. Ey. Ne. Das gibt's doch einfach nicht. So schlecht bin ich doch auch wieder nicht. Ah, ey. Deathcounter 4. Konne ich jetzt nicht irgendwie schneller zum Endboss? Moment. Ja, so komme ich besser zum Endboss. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jedes Mal sterbe. Ah, ich muss umräumen. Danke. Och. Nerv nicht. Ey Link, musst du das jedes Mal irgendwie anklicken? So, jetzt hoffe ich den Weg hier lang. Ist sicherer. Der wird in dem Partner plant gemacht. Ich habe mir eigentlich eine von hinten gerade genommen. Alter, ey. Mach hinne. So, nochmal. Schaffe ich den in zwei Minuten? Yo. Hahaha, willkommen zur Henkers Malzwelle. Blabla. So. Mal dich ein bisschen. Ey. Das ist bei dem kleinen bis fix Gegner hier von Kacke. Ist ja schon traurig. Mach hinne. Ich kann mich nicht bewegen, blablabla, aber ich bin unverletzt. Ja, ja. Ja, ja. Echi Bechi, Echi Bechi, beeil dich ein bisschen. na ja mach hin wir haben nicht so ja sie doch ein ganzes herz ab zieh mir doch noch mal ein ganzes herz ab das darf doch wohl nicht wahr sein der ist doch nicht schwer so alter alter was war das denn tot danke und das instrument holen wir im nächsten part tschüss dann bin ich schlecht dann bin ich schlecht dann bin ich schlecht